Hallo und herzlich Willkommen zum Federleicht Podcast. Deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Mein Name ist Kalla Gerlach und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du dir ein Leben erschaffst, das du wirklich liebst. Hi und herzlich Willkommen zur zehnten Folge deines Federleicht Podcasts. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema. Ich möchte dir nämlich zeigen, wie du dir anhand der richtigen Fragen eine neue Realität kreierst. Und ich weiß, das ist ziemlich gewagt oder hört sich zumindest für viele sehr gewagt an, wenn ich sage, ja, du kannst deine eigene Realität kreieren. Und glaub mir, mir ging es lange Zeit ganz genauso. Ich hatte eher eine Art, ja, Opferrolle eingenommen und dachte immer, naja, das ist halt Schicksal und Dinge passieren mir einfach. Und meistens habe ich da den Fokus eben genau auf diese negativen Dinge gelegt, die mir anscheinend einfach passiert sind, ohne dass ich sie beeinflussen konnte. Und in den letzten Jahren habe ich wahnsinnig viel gelernt. Ich habe wahnsinnig viel gelesen und mich, wie möchte ich behaupten, doch sehr stark weiterentwickelt. Und genau das möchte ich jetzt an dich weitergeben. Denn wir alle haben täglich viele, 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 viele Gedanken. Man sagt sogar, dass es über 80.000 Gedanken sind, die wir jeden Tag haben. Und ein Großteil, Studien sagen, über 80 Prozent davon sind genau dieselben Gedanken, die du gestern und vorgestern und den Tag davor und den Tag davor auch gedacht hast. Und wie hat Einstein schon so schön gesagt, es ist die höchste Form des Wahnsinns, immer wieder dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und da hat er natürlich absolut recht gehabt. Und dasselbe gilt auch für deine Gedanken. Denn wenn du immer wieder dasselbe denkst, wenn du immer wieder auf dieselbe Schiene kommst, kannst du überhaupt keine anderen Ergebnisse bekommen. Und wenn im Moment in deinem Leben Dinge nicht ganz so sind, wie du sie dir vorstellst, ja, wenn es da vielleicht noch die eine oder andere Baustelle gibt, dann tust du sehr gut daran, mal zu beobachten, was du eigentlich tagtäglich, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde denkst. Denn es ist wie eine Kette. Du kannst dir das so vorstellen, dass die Dinge, die du denkst, im Endeffekt zu deinen Handlungen führen. Und das, wie du dich verhältst, so wie du tagtäglich handelst, das ist das, was du eben auch in deinem Außen, in deiner erlebten Realität wiedergespiegelt bekommst. Und unser Unterbewusstsein ist wie Google. Es gibt dir immer die Antwort auf die Frage, die du stellst. Und wir stellen uns alle Fragen. Jeden Tag stellen wir uns viele, viele Fragen. Oft ist uns das nicht bewusst, aber Fragen stellen wir trotzdem. Und meistens sind diese Fragen negativer Natur. Und jetzt stell dir mal vor, dein Unterbewusstsein ist wie Google. Und du stellst die Frage, warum bin ich so blöd? Warum passiert immer nur mir das? Warum ist das Leben so hart? Nur als Beispiele. Und was soll Google dir darauf antworten? Ich kann dir versprechen, wenn du diese Art von Fragen stellst, dann bekommst du Antworten, denn du bekommst immer Antworten auf deine Fragen. Nur werden dir diese Antworten sehr wahrscheinlich nicht besonders gut gefallen. Also auch hier gilt, sei wirklich absolut kritisch mit dir selber. Sei offen und ehrlich, gnadenlos ehrlich. Und überleg dir mal und beobachte dich, welche Fragen stellst du dir jeden Tag? Welche Fragen stellst du dem Leben? Gehörst du zu den vielen, vielen Menschen, die sich fragen, ja, warum ist es so hart? Warum geht es mir so schlecht? Warum bin ich so traurig? Warum sind immer alle so gemein zu mir? Und damit gibst du deine Macht ab. Du hast eine gigantische Schöpfermacht. Aber diese Macht funktioniert in beide Richtungen. Sie funktioniert sowohl in die positive als auch in die negative Richtung. Und wenn du Baustellen in deinem Leben hast, wenn du Dinge in deinem Leben hast, von denen du sagst, ja, das ist absolut suboptimal, dann schau mal, welche Fragen du dir und dem Leben und dem Universum stellst. Was kannst du tun, um deine Realität anhand von Fragen positiv zu beeinflussen? Ganz einfach, du änderst deine Art zu fragen. Du änderst deine Fragestellung, also an die Stelle, wo vorher stand, warum passiert das immer nur mir? Warum ist es so hart? Warum bin ich so müde? Oder all diese negativen Dinge, wirst du jetzt positive Fragen stellen. Funktioniert das über Nacht? Wahrscheinlich nicht, denn du hast diese Fragen, diese negativen Fragen dir sehr wahrscheinlich die letzten Jahre und die letzten Jahrzehnte gestellt. Und es ist ein Prozess, aber ein Prozess, mit dem du sofort anfangen kannst. Sofort. Mit Sicherheit werden dir die ein oder anderen negativen Fragen, die du dir immer noch stellst, entwischen, weil sie dir einfach nicht bewusst sind. Aber je bewusster du darauf achtest, was du denkst und welche Fragen du dir stellst, desto mehr negative Fragen wirst du durch positive Fragen ersetzen können. Lass mich dir ein ganz einfaches Beispiel geben. Statt dich zu fragen, ach, warum ist das Leben nur so hart? Denn auch darauf wirst du Antworten bekommen. Das Unterbewusstsein sucht auf deine Frage genau die passenden Antworten. Und statt dieser Frage stellst du jetzt die Frage, warum geht es so leicht? Oder was, wenn es doch geht? Oder meine absolut persönliche Lieblingsfrage ist, wenn alles möglich ist, wie will ich es dann haben? Wenn alles möglich ist, wie will ich es dann haben? Ich zitiere an dieser Stelle immer wahnsinnig gern Pippi Langstrumpf, von der ich glaube, dass wir sehr, sehr viel lernen können. Und sie sagte schon, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und noch etwas stammt von Pippi Langstrumpf, nämlich, das habe ich noch nie gemacht, also bin ich mir ganz sicher, dass es funktionieren wird. Und wir sollten alle wieder diese Pippi Langstrumpf-Einstellung in unser Leben zurückholen. Streich die negativen Fragen aus deinem Leben und ersetze sie durch positive. Denk immer daran, das Unterbewusstsein unterscheidet nicht zwischen gut und schlecht, zwischen richtig und falsch, sondern es arbeitet immer für dich in dem Sinne, dass es dir die Antworten sucht, die zu deiner Frage passt. Und wenn du dich fragst, warum etwas so schlecht, so grausam, so schlimm, so schwer, so hart ist, dann wird das Unterbewusstsein dir genau die passenden Antworten liefern und dir immer versuchen, Bestätigung zu geben, warum etwas tatsächlich hart, schwer, schlecht oder schwierig ist. Und wenn du deine Frage änderst, nämlich zu fragen, warum ist das Leben eigentlich so schön? Warum geht es so leicht? Warum fühle ich mich so verdammt gut? Dann wirst du auch darauf Antworten bekommen, denn auch in dieser Hinsicht fängt das Unterbewusstsein an, Bestätigungen, passende Antworten auf diese Frage zu suchen. Und du kannst dich jetzt einmal fragen, was willst du in deinem Leben haben? Wo möchtest du eine positive Veränderung haben? Und dann sei dir ganz sicher, es steckt in dir eine wahnsinnige Schöpferkraft. Du bist kein Opfer. Du kannst Dinge zu einem ganz hohen Maß beeinflussen. Das Glück liegt in deiner Hand. Und da gibt es ja auch diesen alten Spruch, diesen alten deutschen Spruch, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und genau darum geht es. Dein Glück liegt in deiner Hand beziehungsweise in deinem Kopf, in deinem Unterbewusstsein. Also nutze dein ganz persönliches Google. Nutze es, damit es dir die richtigen Antworten auf die passenden Fragen stellt. Und wenn du möchtest, dann nimm dir doch einfach mal ein Blatt Papier und einen Stift und schreib dir mal alle positiven Fragen, die dir einfallen, auf. Ja, das wird sich am Anfang etwas seltsam anfühlen. Denn wir sind es nicht gewohnt, positiv zu denken und schon gar nicht uns positive Fragen zu stellen. Wenn du dich zum Beispiel immer wieder gefragt hast, Mensch, warum ist Abnehmen so schwer? Oder warum bin ich so unattraktiv? Und du jetzt plötzlich dich fragst, warum bin ich so liebenswert? Warum bin ich so wertvoll? Warum bin ich so schön? Dann wird dein Ego, dein Verstand erst einmal rebellieren. Denn das ist etwas, das er nicht kennt. Und Veränderung ist für das Ego immer ein rotes Tuch. Es will keine Veränderung. Veränderung ist gefährlich. Die Aufgabe des Egos ist es immer, uns in unserer Komfortzone zu halten. Und wenn du beginnst, etwas zu verändern, bekommt das Ego Angst und versucht, dich daran zu hindern. Und hier kann ich dir nur den Tipp geben, mach es trotzdem. Ganz nach dem Logo, nach dem Slogan von Nike, just do it. Ja, mach es einfach. Und du wirst merken, dass du dein Unterbewusstsein dadurch immer mehr neu programmierst und immer mehr positive Dinge durch positive Fragen in dein Leben kommen. Und manchmal wissen wir gar nicht, woher das kommt. Ja, wir müssen gar nicht unbedingt wissen, wie soll das funktionieren. Denn das Wie ist gar nicht unsere Aufgabe. Du entscheidest, was du willst und das Universum öffnet dir alle Türen. Also mein Tipp an dich in dieser Folge heute ist, beobachte mal deine Gedanken. Beobachte, welche Fragen du dir tagtäglich stellst und ersetze, falls sie negativ sind, sie direkt durch positive. Warum geht es so leicht? Was, wenn es doch geht? Warum bin ich so liebenswert? Wenn alles möglich ist, wie will ich es haben? Warum ist das Leben so schön? Hier ist natürlich deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, du kannst dir so viele positive Kreierfragen entwickeln, wie du möchtest. Deshalb mein Tipp, nimm dir einen Stift und ein Blatt Papier und schreib sie auf. Und wenn du möchtest, dann hängen sie dir überall hin. Denn dadurch wirst du permanent daran erinnert, dass du dir positive Fragen erlauben darfst, dass du dir positive Fragen stellen solltest. Und es hilft dir einfach, nicht wieder in alte Verhaltensmuster, in alte Denkmuster zurückzufallen. Und in der übernächsten Folge, in der zwölften Folge, gehe ich genau auf diese Denkmuster und wie du sie ändern kannst, ganz genau ein. Für diese Folge soll es jetzt das gewesen sein. Ich hoffe, du konntest hier etwas mitnehmen. Gerne darfst du meinen Podcast auch abonnieren, ihn bewerten und mit deinen Freunden und Bekannten teilen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann du das hier hörst. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Bis dann, deine Carla. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen. Du findest sie unter Federleicht Community auf Facebook. Hier gibt es jeden Dienstagabend ein kostenloses Live-Coaching für mehr Selbstliebe, Leichtigkeit und Lebensfreude in deinem Leben.